Moin sie Jungs und Mädels und herzlich willkommen zurück im Grundkurs Gaming und zu Chef-Life. Wir machen heute wieder eine vegetarische Schicht. Ich hoffe wir müssen nicht allzu viele davon machen. Ich bestell erstmal ein paar Zutaten, denn das Menü wird sich heute nicht ändern. Wir müssen einfach zusehen, dass wir Giro da happy bekommen und irgendwann mal einen Stern oder so einen Bobbel bekommen. Und dann läuft das. Ja, ich frage mich echt, wann Chef Ippolit sich wieder bei uns melden wird. Ja, eigentlich mal wieder an der Zeit, oder? So, wir haben ein motiviertes Team. Wir haben eine Herausforderung abgeschlossen. Wie haben wir das gemacht? Haben wir beim richtigen Anbieter bestellt? Ja, bei Rocka und Berisi sollten wir zwei Zutaten kaufen. Haben wir damit gemacht und uns ein paar Erfahrungspunkte ab. Was sind denn die Anfragen? Ja, das hier weiß ich halt nicht, wann das abgehakt wird. Französisch? Nee. Supermarket? Nee. Hygiene sind wir dran. Deftig? Nee. Nee. Ja, das müssen wir halt machen. Also dazu müssen wir halt fünf erstklassige Schichten mit Giro als Koch und drei vegetarischen Gerichten auf der Karte abschließen irgendwie. Ich glaube, davon haben wir erst eine Schicht. Oh, cool. Also machen wir das hier alles ziemlich flott, würde ich sagen. Ich weiß halt echt nicht, warum ich, wenn ich wirklich nur vegetarische und vegane Gerichte habe, warum ich dann eigentlich Fisch und Fleisch bestellen muss. Ich meine, ich kann das Spiel auch sagen, okay, wenn du nichts bestellst, kannst du halt nichts damit kochen, aber du musst halt auch kein Geld dafür ausgeben, wenn du keinen Bock hast. Das wäre doch eigentlich cool. Okay, keine Anfragen verfügbar. So, dann schauen wir mal, wie es mit der Hygiene heute aussieht. Oh, der Baum hat Oliven dran sogar. Ja, nice. So, Hygiene ist ganz gut. Das heißt, wir müssen uns nicht allzu viel mit Putzen heute beschäftigen, würde ich denken. Na so, und wir schauen mal, wann unser Personal hier ankommt, beziehungsweise unsere geschätzten Köcher. Bing. Hey, Kasim, bist du bereit? Der putzt direkt, okay. Ah, Kasim, du bist heute, glaube ich, mit Essen zu bereiten dran, ne? Kann das sein? Ähm, und Kasim kann mir direkt das Eis für die Zwiebelsuppe machen. Hey, yo, du machst heute Häppchen. Jiro kommt immer so super spät, ne? Was ist mit seiner Pünktlichkeit los? Wie ist alles, Chef? Komm, Junge, ran hier. Hoffe ich. Koch verärgert. Für solche Faxen haben wir einfach keine Zeit. So, das muss er mir machen und dann brauche ich Brote. Nein, halt. Ah, ich habe schon wieder verkackt, ne? Jene Brote hätte ich gerne. Ja, und dann können wir uns das Ganze hier in Ruhe angucken. Yay, einmal Eis ist schon fertig. Also, bei Kasim dauert es, glaube ich, ewig. Ah, die Suppe ist fertig. Die trage ich mal weg. Dann haben wir nämlich auch genug Platz für die Brote hier. Ich frage mich, ob Jiro mit seinem ganzen Kram fertig ist. Bevor Kasim mit dem Eis fertig ist. Eigentlich könnten wir ihn auch während der Schicht frische Brote zubereiten lassen, ne? Das würde auf jeden Fall gehen. Warte mal, wir probieren das mal. Wir sagen mal, wir nehmen Brote raus. Und dafür machen wir vielleicht noch so ein bisschen, ähm, Gedingste, ne? Hier. Ach nee, warte, äh, ich habe schon wieder verkackt, ne? Das ist natürlich nicht die Priorität jetzt. Sondern unsere Priorität ist natürlich das hier. So, bei Kasim geht es auch voran. Ist gut. So, Jiro hat gleich die dritte Suppe durch. So, wir gucken mal, wie lange braucht den Jiro für so ein Brot? Achso, das dauert schon relativ lange. Ja, nee, dann muss er uns das frisch machen, weil das eingelegte Röstbrot geht dann wirklich... Äh, nicht frisch, sondern vorbereiten hier. Äh, weil das eingelegte Röstbrot geht dann, glaube ich, wirklich schneller. Das können wir dann gemütlich während der Schicht machen. Der Kasim braucht ewig für das Eis. Das ist krass. Der Chef, ein Journalist der Lokalzeitung, hat angeboten, ein Interview über das Restaurant mit uns zu machen. Aber es wird ein gesponsorter Artikel. Wir müssen also bezahlen, wenn das Restaurant im Artikel besprochen werden soll. Ja, dann kann er sich verpissen. Sie haben recht, Chef. Ich rufe ihn an und sage ihm, dass wir kein Interesse haben. Ja, danke, Jiro. Aber kochen, kochen, kochen. Ja, danke, Jiro. Tatsächlich. Na, vielleicht müssen wir auch mal die Rezepte von unseren Chefköchen lernen, damit wir irgendwann die Chance auf den Stern haben. Warte mal, wir gucken die mal an gerade. Nee, hier will ich gar nicht hin. Ich will hier hin. Aber die haben ja alle irgendwie nicht so das Merkmal super cool zu sein. Du bist italienisch und Fisch. Du bist französisch und Fleisch. Ja, damit hätten wir auch so ein bisschen Vielfalt. Aber wir gucken uns die mal an, wenn wir Jiros Rezepte haben. Ich weiß. Das ist krass, oder? Wie hart ich hier an meinen Skills arbeite. So, ich sammle das mal ein. So, viermal Eis habe ich schon. Was heißt schon? Davon brauche ich noch eine ganze Menge mehr. So, mein zweites Backblech mit Broten. Eins schwebt immer irgendwie. Das finde ich auch ganz nett. Das ist halt hier der persönliche Touch in der Küche. Das schwebende Brot. Und ich habe keine Ahnung warum. Ist so cool, wie die das Essen immer angucken. Kasim sieht halt neben Jiro, wenn es um die vegetarischen Gerichte geht, immer aus wie ein Anfänger. Er schneidet so langsam und Jiro einfach so papp, 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 papp. Was du letztendlich gemacht hast, gab mir eine Idee für meine eigene Küche. So, wir müssen Kasim sagen, dass wir noch einmal Eis brauchen und dann sind wir mit Eis durch. Ja, ich war drei, vier, genau. Er macht noch vier, eins steht da. So, dann sind wir mit Eis durch. Wie viele Carpacchos brauchen wir? Wir haben hier erst zwei. Das sind drei, fünf. Also die beiden und dann noch eins theoretisch. Also drei muss ich Jiro noch sagen, dass wir brauchen. Warte mal, das sind falsche Gerichte. Oh, oh, oh. Welche sind hier die Wintergemüse im Marinade? Ja, die beiden kommen raus. Die habe ich wieder falsch machen lassen. Och, Leute. Jedes Mal dasselbe hier. Dabei sehen die halt besser aus, ne? Da ist ja schon geschnitten und alles und das ist halt noch so... Noch so roh. Oh, okay. Hello. Geh weg. Sure thing. Was will die schon wer? Wir haben noch nicht mehr einen alten Auftrag erledigt. Was? Hey Chef, ich brauche Ihre Hilfe. Ist aber keine große Sache versprochen. Eine Freundin von mir ist auch Streamerin und gerade eine Partnerschaft mit einem Restaurant aus der Gegend eingang. Auch mit Chef Eppolit. Wir haben eine Wette laufen, wer das beste Restaurant in der Stadt als Partner an Land ziehen und das auch beweisen kann. Das hier sind die verschiedenen Kategorien für die Gerichte. Zaubern Sie was absolut Außergewöhnliches auf die Teller und zeigen wir Ihnen, wer die Nummer 1 ist. Vielleicht auch nicht. Sollen wir jetzt hier irgendwelchen Quatsch servieren? Ne. Die Anfrage sieht also irgendwie anders aus. So, vier Carpacchos haben wir erst. Da kommen noch drei. Das heißt, Giro müsste noch Zeit für eins haben. Okay, dann läuft das. Das schaffen wir alles, angeblich. Ja, passt. Ich könnte mich jetzt nützlich machen, eigentlich um ein bisschen putzen oder so, aber... Okay. Irgendwie scheinbar nicht. So, ich gehe nochmal schauen, ob die Hygiene schon abgenommen hat oder wie das läuft. Ob die nur während der Schicht abnimmt, das habe ich nämlich noch nicht so ganz rausgefunden. Oh ne, die hat jetzt schon ordentlich abgenommen. Oh, Schande. Also, wenn die Chefs kommen, dann nimmt die plötzlich rapide abscheinbar. Oder wenn ich hier zubereite, das weiß ich nicht genau. So, ich werde mal hier den Quatsch gleich einpacken. Einmal zu wenig X gedrückt. Dankeschön. Ja, da muss ich morgen... Ja, denke ich auch, ne? Muss ich morgen direkt wieder jemand ans Putzen machen. Weil ansonsten dauert das alles viel zu lange hier. Warte mal, Kanjiro. So, uns noch einmal eingelegtes Röstbrot machen. Dann haben wir das nämlich auch schon mal fertig. Und wenn jemand direkt Zwiebelsuppe bestellt als erstes, ne, dann sind wir da schon mal vorbereitet. So, wunderbar. Ähm, Putzen. Ist mir egal. Die sind immer verärgert, ne? Wenn die kochen müssen, sind die verärgert. Wenn die putzen müssen, sind die verärgert. Ey, rampel mal nicht. So, das kommt da mit rein. Und dann warten wir noch auf das letzte Carpaccio. Während die anderen beiden putzen. Und dann gucken wir mal, wie viel diese kurze Putzaktion mit zwei Menschen gebracht hat. Wahrscheinlich nicht so viel. Fegen die nur. Wischen die gar nicht. Das ist mir noch nie aufgefallen. Ja, Kasim, du hast nichts zu tun. Herzlichen Glückwunsch. Du warst der Langsamste. Hast dich damit um weitere Arbeit gedrückt. Ja, ich auch nicht. Ich kann nur zwei Leute putzen lassen. Was natürlich auch nicht viel Sinn ergibt. Diese Teile hier. Die summen einfach so laut. So, jetzt hören die hier auf zu putzen. Ich muss mich gleich wieder um die Petersilie kümmern. Aber wir gucken mal, was Camila eigentlich wollte. Deftig, ja. Stelle vier Anrichteformen von Gerichten der Kategorie Gourmet her. Ne, glaub nicht. Ja, okay. Also viel hat das Putzen nicht gebracht. Da muss also immer jemand direkt ran. So, dann schauen wir mal. Giro wird kochen auf jeden Fall. Adele hat keinen Bock. Kasim ist okay mit Abwaschen. Ja, dann machen wir das so rum. Die müssen ja auch ein bisschen happy bleiben. Wichtig ist halt nur, dass Giro jedes Mal kocht. Ja, jetzt schon, oder was? So, Adele, du bastelst uns Röstbrot. Giro, du bastelst uns, ähm, hier. Zucchini-Röllchen. Gin, du bastelst uns achtmal gehackte Petersilie. So, und Jun, du machst außerdem Brote in den Ofen. Let's go. Let's go. Petersiliehacken das ist so ungefähr mein Niveau mit so einem schönen Wiegelmesser das läuft da ist schon die erste Bestellung wir kümmern uns dann vielleicht erstmal darum dass das Brot nicht anbrennt das wäre auch wichtig was denn die Bestellung Zucchini Röhrchen und wir müssen sowieso aufs Brot warten so Zucchini Röhrchen wird schon fertig sein denke ich mir aber ich kann jetzt das Brot nicht unbewacht lassen so hoffentlich gleich am Anfang das wäre Premium am Ende okay am Ende ist auch nicht so verkehrt die sollten halt nur nicht beide in derselben Phase fertig sein ach ich hasse euch aber hier ist der Balken glaube ich länger ne ja das heißt sie sind wahrscheinlich ziemlich genau fertig das heißt ich muss dann anstechen abdrehen so jetzt genau so wir haben gesehen es ist perfekt zubereitet ich drehe ab ich drehe hier ab stecken Messer rein ist perfekt fertig ja ich habe schon abgedreht was war das denn gerade ich habe schon abgedreht und der hat trotzdem noch weiter gekocht gebraten gebacken ich kann nicht beide gleichzeitig mitnehmen natürlich es wäre zu einfach so dann nehme ich mir hier schon mal Zeug raus warte eins hier eins hier nein da oben danke dann läuft das doch hier bestimmt irgendwie ach die wollen gar kein zwiebel sogar shit ähm kapaccio hätte ich mitnehmen müssen und nicht den anderen kram ja ja das ist normal bei uns du kriegst gleich was zu tun das ist kalt geworden ja okay ich hab's verkackt da müssen wir jetzt durch ich hätte es noch mal neu machen sollen können wollen also nicht wollen nicht unbedingt da habe ich zu lange mit dem brot rum gemacht ich hätte es wahrscheinlich erstmal ablegen sollen da ist es wieder aufgewärmt auf jeden fall so äh gero machen wir doch noch mal so ein röllchen vielleicht bin ich aber sowas von so wie viel platz haben wir denn da drüben ein ok cool so diesmal aber wirklich zwiebelsuppe ne und kapaccio gibt es dann auch noch aber eins nach dem anderen damit wir nicht zu viele kalte gerichte oder lauwarme gerichte servieren aber wenn das brot ein bisschen kühl ist beim kapaccio ich meine wird man sich darüber aufregen wenn das brot nicht mehr so richtig krass ofen warm ist ich meine da war sowieso pesto drin von daher wir haben das extra so gemacht damit man sich nicht die zunge verbrüht beim essen sondern das direkt so genießen kann so du bist fertig hier näher quatsch adele hey wir brauchen hier noch eine zweite ladung davon dankeschön äh gero kannst du schon neue röllchen machen das kann ich vollkommen nachvollziehen aber kassim muss erstmal die backbleche abwaschen so wir bringen wir alle einzelnen hierher wegen abkühlen und so ja ich hätte die auch per hand abwaschen können aber brauchen wir heute glaube ich nicht also jetzt können wir wieder herumschimmeln bisschen guckt man vierer tisch das wird bestimmt ganz da stressig gleich bestellt alle zucchini röllchen ein zucchini röllchen zweimal zwiebelsuppe dann machen wir die zweimal zwiebelsuppe gleichzeitig zweimal zwiebelsuppe zweimal zwiebelsuppe super so dann ein röllchen und einmal carpaccio denke ich ne so das röllchen nehmen wir gleich aus der pfanne raus aus der noch heißen pfanne wohlgemerkt so und einmal carpaccio easy tadaaa ja ich weiß aber wir haben halt wenige pfanne es kommen schon wieder gäste noch ein vierer töten fünfert ne ich dachte der ist egal ich kann unsere kellner immer noch nicht von gästen unterscheiden ja wann gibt es denn mal so ein sechser tisch eigentlich ich meine wir haben sechser tische wir haben das restaurant maximal ausgebaut eigentlich wäre es doch eine zeit für sechser tische oder was gibt es denn heute geiles mit himbeeren so einen kleinen himbeer pudding oder sowas ein parfait was ist das mit mit minze sehe ich und das ist eine weintraube was da noch liegt oder eine olive oder okay ja zweimal röllchen mache ich so dann noch einmal super und einmal carpaccio denke ich hoffe ich doch das nehmen wir mit das nehmen wir mit das nehmen wir mit sondern suche ich mal einen topf aus wo noch viel drin ist oder zumindest wo wir nicht die letzte portion rausnehmen das nehmen wir mit So, vierer Tisch abgehakt. So, wie sieht es bei euch aus, Giro? Kannst du schon neue machen? Sehr gut. Ja, Adele hat jetzt wieder nichts zu tun, ne? Noch ein Vierertisch, ja, dann bestellt mal fleißig. Ich habe noch Zeug da. Also langsam müsste sich die Schicht ja dann auch schon wieder dem Ende zuneigen. Oh, da kam eine Pfanne. Zurück. Und Adele hat halt gar nichts zu tun. Also eigentlich, ne, solange wir nur vegetarische Gerichte haben, würde ein Koch reichen, der hier steht und uns immer die leckeren Sachen kocht. Tschüss, kommt bald wieder. Grüßt schön. Haben die gerade ihre Zwillinge hier hingeschickt? Ne, ne, nicht ganz. So, was gibt's? Ach, Quatsch. So, nehmen wir gleich die. Schreien Kasim nochmal an, zwischendurch. So, dann brauchen wir einmal Carpaccio. Zweimal Suppe. Wir fangen mit dem Carpaccio einfach an. Und dann nehmen wir aus dem ganz rechten Suppentopf unsere Suppe und da müssten wir in jedem Topf noch einmal Suppe haben. Und Kasim ist ja nicht sofort mit Abwaschen überfordert. Well done, Chef. That looks great. Well done, Chef. Nice work. Ja, wunderbar. That looks delicious, Chef. So, ich glaube, mehr brauchen wir gar nicht, ne? Ich schreibe Kasim noch ein bisschen an. Da ist noch ein Zweiertisch. Letzter Tisch für heute deklariere ich jetzt einfach. Ich denke, das wird hinhauen. Na, wie sieht's aus? Habt ihr euch entschieden? Wisst ihr, was ihr wollt? Euch hat's geschmeckt? Synchron wieder hier. Ah, beim Laufen nicht ganz synchron. Das gibt Abzüge. Okay. Dann mach ich das doch direkt. Wie ist denn es eigentlich im echten Restaurant? Wird das Zeug direkt auf so einer Warmhalterplatte angerichtet? Und da wird's dann einfach quasi weggenommen zum Servieren. Oder gibt's da wirklich so ein extra Anrichtetisch oder irgendwas? Oder man rennt da an den Zutaten vorbei durch die Küche und richtet das an. Und stellt's dann erst auf die Warmhalterplatte? Weiß das zufällig jemand? Es kommen immer noch Gäste. Hm. Wir haben noch genug Carpaccio. Wir haben noch genug Zwiebelsuppe. Wir haben noch genug Zucchini-Röllchen. Da drüben ist alles aufgeräumt. Na, ich dachte, wir wären schon durch. So, jetzt rennen die nämlich bis ganz nach da hinten, ne? Die sind fertig. Jetzt kommt der andere Kellner zurück. Es wäre natürlich auch cool, ne? Wenn man den ganzen Abend denselben Kellner sieht quasi. Also der einen vorne begrüßt an der Tür meinetwegen, ne? Wenn wir das hier so machen. Dann zum Tisch bringt. Und dann auch die Bestellung aufnimmt und bringt. Und wenn es nicht fünf unterschiedliche wären. Da kann man dann besser so ein bisschen eine Connection aufbauen. Na, und der Kellner kann schon mal so ein bisschen die Eigenheiten und Wünsche der Gäste abchecken. Aha. Doppelcarpacho, ja. Das soll jetzt die große Falle zum Schluss sein. Na, also wenn ich vorhin das eine Carpacho noch mal ausgetauscht hätte, das lauwarme, dann hätte ich jetzt ein klitzig kleines Problem gehabt vielleicht. Dann hätten die mir schnell entweder einen fertigen Teller oder dampfende Brote und noch ein eingelegtes Gemüse basteln müssen. Ich wollte gerade sagen, das sind immer noch nicht die letzten, aber er hat das Carpacho einfach noch nicht mitgenommen, das Zweite. Ja. Okay. Das war's. Münzen erhalten. Einmal lauwarmes Essen serviert. Gibt das Abzug? Das gibt nicht mehr Abzug. Okay. Stufe 28 inzwischen schon. Wo war das lauwarme Essen? Ach, hier rechts, ne? Das Carpacho, ja. Da ist das Thermometer nicht angezeigt. Trotzdem 20 von 20. Also da war es egal, dass es lauwarm war scheinbar. Interessant. Entweder sind die Gäste hier nicht so anspruchsvoll, weil die Karte billig ist oder ups. Oder irgendwas anderes. Keine Ahnung. Interessant. Ja, dreimal Zwiebelsuppe war noch übrig, zweimal Zucchini-Röllchen. Ich meine, die Zucchini-Röllchen, die zähle ich während der Schicht nicht mit, ne? Da lasse ich Kasim einfach machen, bis da drüben die Platte voll ist. Und dann vielleicht der Ständer einmal und dann war es das. Ja, da haben wir das erledigt. Ich sage mal Kasim, ne? Ich meine natürlich Giro. Und seine Aufgabe haben wir auch noch nicht erledigt scheinbar. Das machen wir dann beim nächsten Mal. Ansonsten würde ich gerne mal zur Hygiene schauen, wie schlimm die jetzt aussieht. Da muss morgen früh auf jeden Fall jemand putzen. Das geht sogar. Also die Hygiene scheint immer tatsächlich abzunehmen, wenn die Köche reinkommen. Interessant. Ja, die beiden sind verärgert. Giro, weil er abwaschen musste. Adele, weil sie kochen musste. Oder vielleicht auch, weil sie putzen musste am Anfang. Ich habe keine Ahnung. Kalbsschweinehackbärchen in Marinara-Soße. Immer noch das meistbestellte Gericht. Interessant. Ja, da müssen wir uns irgendwann mal diese Signature-Dishes angucken. Ob die was sind. Aber dazu müssen wir erstmal Giros Aufgabe erledigen. Ja, für heute war es das auf jeden Fall. Wenn ihr Wunschgerichte habt, die ich hier mal zaubern soll, irgendwie, schreibt es mir gerne. Weil ansonsten haben wir im Moment nicht viel zu tun. Danke fürs Zuschauen. Macht's gut. Bis dann. Habt einen wunderschönen Tag. Ciao.